Ja, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 15 Koop mit dem Sektor. Hallo, sag hallo. Nee, hallo. Du hast mich eingeschickt. Ach, ich bin blau? Scheiße. Boah. Ja, komm. Ey, ich wollte weiterlaufen. Ey. Oh, ist er denn behindert? Mach ich direkt mal. Okay, warte. Warte. Nee, nicht direkt. Nee, ich flank auf dem Elfmeterpunkt so. Okay. Also links davon. Genau da. Ey, du musst das einfach übertreiben, ne? Statt mal anzunehmen, mich umzudrehen und das Tor zu schießen. Ja, ja. Ey, ich dachte, der macht ihn schöner, ne? Weißt du, vor allen Dingen nach dem Kackspiel, das wir jetzt gerade hatten. Also, du meinst... Vor zwei Tagen. Gegen Real Madrid? Nee, ich kann mich doch an diese Szene gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall waren wir da recht überheblich teilweise. Fand ich jetzt nicht. Naja, gut, wir waren einfach schlecht teilweise. Oh, oh. Ja, so ein Spiel. Ja, mach das Raps. Weiß, die ganze Zeit passe ich immer zu dir. Richtig gut. Ja, mit groß geht halt nichts anderes außer Schießen. Ja, stimmt. Der kann keine Pässe. Nee. Wer passt? Toni. Ich müsste aber einfach... Der Querschuss. Das war ja auch nicht einfach mal ein Pass von dir. Du hast den Ball einfach nur verloren. Und cool, wie ich bin. Nee. Ich hab ihn zum richtigen Zeitpunkt verloren. Das ist was anderes. Zeig dir mal, was Toni kommt. Ja. Toni, der roben Toni kommt. Eh, das war n Normale Puzzle. Sollen sie doch versuchen, hier was zu reißen. Oh, neuer! Oh, der Power-Kopfball! Okay, ne, ja, das war auch nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie sich gepasst hat. Ja, Foul. Jawoll! Oder ich? Habe ich die Foul? Ich glaube, ja. Oder legen sie uns nen Ball hin. Bisschen komisch, wie sie uns nen Ball hinlegen, finde ich. Aber die führen sogar nen Freischuss für uns aus. Das nenn ich mal höflich. Was sind das denn für nen destruktiver Freischuss? Hier, pass auf. Guck mal, schon haben wir die anbaut. Mach ja einmal so hier. Mach ja einmal so. Mach ja einmal so. Mach ja einmal so und abseits. Kein Abseits in den Haut rüber. Boah! Ich hab ein bisschen doll drauf gehauen. Irgendwie. Ey, das ist doch gut. Oh, was ist denn ernst jetzt? Du kamst mit Überheblichkeit? Überheblichkeit. Du kamst damit an, nicht ich, ne? Ja, dann hab ich dir gleich mal bewiesen, wie sich das anfühlt als Teamkollege. Wenn man so nen Spacken hat, der sowas macht. Ja, ich weiß ja nicht, wie du dich fühlst. Ja. Ja, das war gut. Du kennst ja nur, dass man geile Pässe bekommt. Oh, ja. Das war jetzt weniger gut. Ich dachte, ich kann den austricksen dadurch, ne? Achso. Ne, ne, ne. So, jetzt Kopfballtoren. Musst du machen. Ja, du bist durch. Was? Ey, wie lange lässt der eigentlich hier Vorteil laufen? Ne, ne, der war schon abgefiffen. Ich hab's bei mir gehört hier. Achso. Okay, okay. Pass auf jetzt, pass auf. Gut. Warte, ich warte. Ich warte. Er kann keinen Rainbow flicken. Oh, ich bin abseits. Oh, ich bin abseits. Oh, ich bin abseits. Oh. Da war ich schon wieder abseits. Ja? Da war ich vorbei. Er geht nicht ran. Ich hab... Du brauchst immer so lange mit dem Pass, ne? Ja, ich wollte wieder einen Rainbow flicken, aber das hat ihn nicht gemacht. Ich glaub, der Rainbow Flick hat den nicht gemacht. Ich hab' nicht mal was gebracht. Hektor, du musst besser spielen. Ich glaub' nicht. Ne, passt doch. Steh unten. Ja, er macht ja auch eben kein Volley, ne? Ja, jetzt weiß man, wie sich anfühlt. Wär schon 4-0 jetzt, ne? Muss man mal so... 4 oder 5-0. Also... Sie spielen aber auch scheiße, ne? Haben die überhaupt schon mal ne Chance bekommen? Ja. Jetzt. Oh, ich dachte, du bekommst... Äh, ich bekomme... Wunden. Äh, das. Oh, ich war weg gesehen. Ey. So. Bam! Kommt der. Okay, jetzt mal einen ordentlichen. Och, ne. Ach, ey, ist das dein Ernst? Das war ein richtig geiler Zweikampf von Schweinsteiger. Nur weil die hässliche T-West-Fresse da... Das sagen wir oft, ne? Guck dir das an. Ja. Ich finde, das ist kein Foul. Ne, ist es nicht. Aber ich halte ihn jetzt mal. Ja? Muss ich nicht? Oh, egal. Ne, wie machst du das? Schließen. Oh, oh. Schließen? Danke. Hast du ihn weggeniesst? Ja. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Er war doch Vorteil. Schöne haben wir bekommen. Er hat wahrscheinlich überhaupt nichts zu ihm. Schöne haben wir nur. Bastian Schweinsteiger. Die jetzt alle schon so alt sind, ne? Beini 30, Poldi wird 30. Tja. Boah, was war das denn gerade? In mir ist er gerade fast gestorben. Was? Aber gut. Jetzt rutscht er weg. Ja, ja, ich mach ihn doch. Bei Özil hat, ne? Angetäuscht. Wie der Freistoß von Müller in der WM. Achso. Moment. Hat er ausgeholt. So richtig rein in den Rasen, damit er ordentlich Power übertragen kann. Ganz einfach. Und ich sollte mit Schweinsteiger nicht gleich so reingehen. Ach, warte. Egal. Ja, eigentlich war es. Ich fände nicht Schweinsteiger, wenn ich das nicht machen würde. Also, sie versuchen jetzt auch nur mal sicher zu gehen, oder was wird das? Ich meinte, äh, ach nee, ist er. Oh ja. Ich wollte ja noch mal schnell wie reingelaufen können. Ist das der erste Fall Absatz? Nee, war er nicht. Nee, angeblich schon. Erzählt man sich. Wie einfach das ist mit Turm. Er wollte. War so gut gespielt. Er ist wohl da ranlaufen, oder? Dann dachte ich mir... Nee. Dachte so, nee. Lass mal den Reus das machen. Wollen die nicht rausgehen? Ah, nee. In der Halbzeit schon? Hey, wir let's playen, ja, ne? Scheiße. Dürfen sie nicht. So, Schweinsteiger. Zeig mir, was du kannst. Tore machen. Ey, das ist echt einfach gerade. Oh, der würde ich echt fünfmal abspielen können, ne? Da wäre ich auch frei gewesen. Ja, aber komm. Weil 4-0. Wenn ich weiß, dass ich dir so leicht mir töten kann und so. Voll, wir noch elf Meter hier gegen uns gehabt. Hätten irgendwie noch drei Tore so schießen müssen. Gleich haben wir sogar nur noch zehn Feldspieler. Du wolltest doch mal ein Troll-Game machen, wer wird. Ja, aber nicht jetzt. Wieso? Ja, weil wir zu hoch fühlen. Das müssen wir bei 0 zu 1 machen. Ach so. Und dennoch gewinnen. Ja gut. Ich kann ja wechseln hier. Krass. Ja gut, wie gesagt. Kann ich ja erstmal... Neuer nach vorne. Neuer in den Sturm. Nee, komm. Weil ich ihn so mag. Darf der Lukas mal. Der Lukas? Der Lukas darf jetzt mal. Spielt ja jetzt in Italien. Da muss er hier ein bisschen Praxis sammeln. Ja. Gegen Juve auf der Bank. Also jetzt gerade spielen sie. Also jetzt, wo wir das aufnehmen, ist das Spiel Inter gegen Juventus. Und Juventus führt meines Wissens nach 1-0. Dank eines Eigentors von Paul. Von Lukas Podocci, von der Bank aus. Ja. Ich stelle mich denen einfach in den Weg. Weißt du? Du hast öht's hier, Alter. Boah. Ey, wo ist Poldi eigentlich? Kannst du mir das mal sagen. Hattest du den gerade? Weiß es nicht mehr. So lange her. Stark. Stopp. Ach, schade. Puh. Jetzt, komm. Krasser Typ. Irgendwie ist Podolski da ins Abseits gelaufen. Ja, ich weiß auch nicht, den er den da nicht geschickt hat. Oh, ich bin so lahm. Ja. Wie dumm muss man sein, Hummels, Alter. Jetzt, komm, mach ihn. Mach ihn. Mach ihn, Alter. Mit Podolski. Oh, ich hab ihn mit rechts und musst du. Jetzt mal auf die andere Seite. Ich muss schnell rüber herlaufen sein. Oh. Wäre das Podolski gewesen? Ne, groß, ne? Ne, Podolski. Verdammt. Ich will jetzt noch ein Podolski-Tor. Das kann ja nicht so schwer sein. Abseits. Jawohl. Wie doof die sind. Ich habe das Gefühl, ich nehme das nicht mehr jetzt hier. Ich habe das Gefühl, du nimmst nicht auf. Doch, doch. So. Ey. Oh, wieso? Was ist der? Da war ich noch nicht bereit. Ja. Am Ende. Genau. Oh, das war bei der Spiel. Dann gibt der Gelb-Rud. Nichts. Nichts? Er gibt nicht mal eine Karte. Ey, da hattest du die Chance, ne? Ja, du. Meiner muss ich erst drehen hier, mein Podolski. Im Gegensatz zu meinen. Halt. Genau. Ach komm, ist das dein Ernst? Laufen. Stehen bleiben. Weiß mich, bin ich wütend, deswegen in ein Tor. Ja, den können wir jetzt auch tun. Ey, jetzt spielen wir ordentlich. Das ist mal richtig harte Pässe und so. Oha. Da können wir ja einfach reinkriegen. Reinkriegen raus. Unten. Musst du machen. Links. Oh, was? Über welche Mauer wollte er denn springen? Oh, Poldi, ey. Ist klar, dass ich in Arsenal keine will, Alter. Ja. Ich hab groß. Ich find's gut, dass Poldi sich so aktiv im Sturm beteiligt. Hey, ich hab da noch unten gedrückt. Ey. Ging gar nicht. Absolut keine Chance mehr, war alles vorbei. Du hattest gar keine andere Wahl, als so scheiße zu spielen. Vor allem, ich spiel so scheiße, ja? Ey, der Ball, ne? Du hättest den annehmen können, hättest noch drei Meter nach vorne laufen können, hättest noch mal ein linkes Ei kraulen können. So. Weißt du, hast nur eins. Überlieg ich kann nichts. Okay, ich lauf dann einfach mal geradeaus. Das ist nicht dein Ernst. Du kannst dich mit rechts schießen. Ja, man muss doch mal Poldi die Chance geben. Vor allem, ich stand oben so frei. Ja, du warst verletzt. In Szene setzen können danach. Bei mir stand die ganze Zeit, dass du verletzt bist. Ja, ist doch egal. Ich bin allein vom Tor. Ach so. Ja, stimmt. Du hättest Poldi in Szene setzen können. Daran hab ich gar nicht gedacht. Dass du so sozial sein kannst, weißt du. Pass auf. Wo ist Poldi? Da. Die nicht. Ab hinten. Ich konnte nicht mehr. Ja, ich mach da weniger. Was? Äh, warte, wo ist Poldi? Ja, genau, da ist er. Geht zu Humlzer hin. Ich wollte schon nicht köpfen. Mit Absicht. Ist. Warte. Ich stehe doch hier. Nee, das ist Poldi. Poldi stand direkt neben dir. Ja, war verwirrt. Was? Was ist du? Warte. Oh, ich bin jetzt nicht da bleib. Nee. Glaube ich zumindest. Also, dem Einwurf zufolge war es ein. Ja, aber wir schließen keine Tore mehr, ne? Ja. Muss ich ändern. Das muss ich nicht. Ich weiß egal, ob Poldi oder nicht. Jetzt müssen wir mal zeigen, was wir können. Wo ist Poldi? Ach, da. Ja, sorry. Aber Ego hört es auch auf. Ja, du. Ganz ehrlich, wenn er sich den Ball so vorlegt, ja? Dann hört es wirklich auf. Aber dann nimmt er den nicht an. Schweinsteiger, Alter. Hat der einen gut, oder? Das gibt's nicht, ne? So. So. Ich hab Poldi. Jawoll. Ey, das hat er sich so verdient, die Sau. Bester Spieler ever. Ich führ dir kurz seinen Namen. Ich muss ja sicher gehen, dass die Öse den nicht bekommt. Weil wir müssen kräftiger gespielt. Ja, aber Poldi hat er mit rechts gemacht. Ich sag's dir mal. Ich vertraue euch dem Rechten. Die Schwäche ist seine größte Stärke. Bam. Alleine. Hier wurde er. Nee. Zu weit weg. Ich hab ihn jetzt. Fuck. Krass. Krass. Ich hab das Gefühl, wir gewinnen das trotzdem. Verdammt. Ah, ja. Zeitspiel. Oh, damit rechnet auch keiner. Ich hab ihn. Ja, jetzt, wo wir durch wären. Hey. Wir haben gefunden. Das zählt doch alles nicht mehr in dieser Zeit. Gewinnen, verlieren. Was bedeutet das überhaupt? Ich schreibe das in die Kommentare. Ja, bitte, mach das. Was bedeutet Gewinnen, Flo? Nicht für uns. Sind es die drei Punkte? Was? Ich wollte das jetzt philosophisch anhauchen, weißt du, und du ziehst das wieder ins Lächerliche. Naja. Ich würd sagen, ein Spiel mit Deutschland machen wir noch und dann nehmen wir eine andere. Also warum, nächste Mal noch Deutschland? Ja, so nächste Woche dann wieder, ne? Ja. Nee, nee. In zwei Tagen. Ach, ich weiß gar nicht, was aktuell. Nee, nächste Woche. Nee, in zwei Tagen. Ja, sag ich ja. Nein? Doch. In zwei Tagen. Ja, tschüss. Also gleich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020